Hey WWE Universum, auch in dieser Woche ist es wieder soweit, nicht verzagen, Hackmann Fragen. Zuerst alles Gute, Axel Tischer, endlich haben wir unser deutsches NXT-Talent. Ich wünsche dem Jungen alles Gute, er ist ein super Kerl, der hat es echt verdient. Erste Frage, Sven Taden, was bedeuten die Bänder in der Ringecke bei einem Tag-Team-Match? Also Sven, das ist ein sogenanntes Wechselseil. Die Regeln bei einem Tag-Team-Match besagen, dass du das Wechselseil in der einen Hand halten musst, um mit der anderen den Wechsel auszuführen. Manchmal wird das ein bisschen lockerer ausgelegt. Der Hintergedanke dabei ist, dass man sich nicht zu weit von der Ecke entfernt und der Wechsel dann regelkonform abläuft. Also dass man nicht dem Partner sozusagen entgegenläuft und den Abstand verringert, sondern dass das alles seine Richtigkeit hat. Miro L. Meguit, wie beschreibst du das Gefühl in den ersten Minuten vor WrestleMania 31? Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich da total cool war. Also die Teilnehmer der Andre the Giant Memorial Battle Royale sind uns ja allesamt entgegengelaufen. Das war schon ein richtiges WWE-Feeling. Und natürlich, das war mein Kindheitstraum. Davon habe ich immer geträumt, dafür habe ich immer gearbeitet. Und dann wird das wahr. Ein paar Sekunden vorher ist man natürlich mega aufgeregt. René, welches Extreme Match schaust du am liebsten? Also ich mag TLC-Matches sehr gerne, wobei eigentlich brauche ich keine Leiter, ich brauche keinen Stuhl, ich brauche keinen Tisch, ich brauche nur zwei gute Superstars. Zum Beispiel Undertaker gegen Shawn Michaels oder sowas. Her damit, ich schaue es. Ja, kann ich nachvollziehen, aber meine Meinung ist es nicht. Denn es ist natürlich so, sagen wir mal in den 90er Jahren, zu Zeiten der Attitude-Era, da gab es coole Superstars, Bad Guys, wie zum Beispiel einen Stone Cold Steve Austin. Der hat Mittelfinger gezeigt, der hat Bier getrunken, der hat dem Boss auf die Nuss gegeben. Aber ich sage, ich habe auch schon einen John Cena erlebt oder einen Roman Reigns, so einen klassischen Good Guy, einen, der immer die richtigen Entscheidungen trifft, den man als Schwiegersohn haben möchte, wie er mit Kindern interagiert, bei einer Make-A-Wish-Veranstaltung zum Beispiel. Ich habe John Cena schon zweimal gesehen, wenn er mit todkranken Kindern eine halbe Stunde verbringt und denen wirklich das Erlebnis ihres Lebens beschert. Und sowas ist auch sehr wichtig. Also klar verstehe ich es, wenn jemand nicht dieses Clean-Cut-Good-Guy-Image haben will, ist euer gutes Recht. Aber ich persönlich finde es toll. Ich finde die Werte toll, die einen John Cena und einen Roman Reigns verkörpern. Chris Berger, schaut man als WWE-Kommentator auch das Wrestling der Konkurrenz? Wenn Wrestling am Fernseher läuft, bleibe ich immer hängen. Das ist einfach mein Instinkt. Wobei ich sage, WWE, Konkurrenz. Ich komme jetzt gerade vor WrestleMania. Fast 80.000 Zuschauer in 177 Länder übertragen. Konkurrenz ist da relativ. Soll jetzt nicht arrogant klingen, ist einfach meine Meinung. Aber um deine Frage zu beantworten, Wrestling ist immer ein Thema im Hackman-Haushalt. Daniel Fuchs, welchen ehemaligen Superstar würdest du gerne wiedersehen? Daniel, ich sage es so, ein Stone Cold Steve Austin. Wenn ich dem nochmal zwei gut funktionierende Knie ranschrauben könnte, den Nacken heil machen könnte, würde ich ihn gerne wiedersehen. Aber seinen Ruhestand hat er sich auch verdient. Marcel Taschner, dein Favoritenmatch bei WrestleMania 31. Ganz klar Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Ich weiß, da war die Leiter nicht im Spiel. Das waren nicht die zwei allergrößten, besten Techniker im WWE-Universum. Aber jede Aktion von Brock Lesnar hat mein Wasserfläschchen zum Zittern gebracht. Was der Typ für eine Power in den Ring legt. Da war auch noch diese Big-Match-Atmosphäre. Die Sonne war untergegangen. Es war dunkel im Stadion. Unglaubliche Energie von den Fanrängen. Das Match hat mich fasziniert. Ich weiß auch nicht wieso, aber es war einfach gewaltig. Matthias Stach, wird Axel Tische es in den Hauptkader bei WWE schaffen? Ist mir persönlich total egal, Matthias. Denn NXT ist so ein starkes Produkt. Schau es dir an, Freitagabend, 10 Uhr abends mit Holger Böschen und mit mir. Super Wrestling, was es da geboten gibt. Und wenn Axel Tische da sein erstes Match hat, dann weiß ich schon, ich werde entweder im Stehen kommentieren oder an die Decke springen und wie Spider-Man sein. Dann werde ich so gehypt sein, weil ich ihn so sehr gönne. Kiki fragt mich, was machst du sonst noch außer Familie? Aster Hackmann-Kommentator und wie bekommt man alles unter einen Hut? Großen Hut kaufen. Cowboy-Hut, Sombrero, irgendwie sowas. Aber ich sag's mal so, um es in einem Satz zusammenzufassen. Such dir einen Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten. Cedric Heininger. Deine Top 3 Finishing Moves. Stunner, RKO und der Red Arrow von Neville. Klasse Aktion. Vermisst du den Shield? Fragen mehrere Fans, mehrere Ask the Hackman-Zuschauer und Zuhörer. Und ich sag's ganz klar, der Shield war mega cool, aber Seth Rollins ist jetzt Champion. Roman Reigns stand im Hauptmatch bei WrestleMania, ist einer der Top-Herausforderer. Dean Ambrose macht sein eigenes Ding. Die Entwicklung muss einfach weitergehen. Wer stehen bleibt, geht irgendwann auch rückwärts. Und deswegen war es der logische Schritt, für alle drei Einzelkarrieren einzuschlagen. Klar, den Shield vermisse ich manchmal, war eine coole Fraktion, aber life must go on. Gut, das war's für diese Woche. Ich darf nicht überziehen, sonst schmeißen mich die Leute hier aus dem Studio. Ich möchte noch schnell einen Hinweis loswerden. Freitagabend immer Smackdown auf Posi Max mit Holger Böschen und mit mir. Apropos Holger Böschen. Schaut mal, was der mir geschenkt hat. Das kann ja nur eine Diven-Championess werden, oder? Holger, richtig cooler Kerl. Große Shoutout an mein Buddy. Ohne dich wäre es nur, naja, wäre es überhaupt nicht schön. Ich brauche dich, bist der beste Partner. Und dann noch Extreme Rules. Max Daum in der Nacht von 26. auf den 27. April. Nicht verpassen, die härteste und extremste Großveranstaltung im Kalender. Ich will, dass ihr dabei seid, auch im Facebook-Chat. Ja, T-Shirt-Geschichte der Woche. Beinahe hätte ich es wieder vergessen. Ravishing Rick Root. Jeder wollte diesen Sixpack haben in den 90ern. Also wenn ihr kein Ravishing Rick Root-Fan seid, verstehe ich es nicht. Also der Mann sah super aus, der war klasse am Mikro, war ein cooler Wrestler. Ravishing Rick Root ganz groß. Ja, das war's mit der Show. If you didn't know, now you know. Huckman out.